Herzlich Willkommen da draußen zu einem Bubuselbstversuch. Wir spielen Hardcore und wer mich kennt weiß, ich bin absolut kein Survival-Experte und ihr könnt ja schon mal Wetten abschließen, wie lange werde ich überleben. Also momentan fühle ich mich nicht gerade wohl, weil ich stehe auf dem Raum. Okay, dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange. Das Einzige, was ich als Besonderheit hier drin habe, ist meine Minimap, dass ich mich ein bisschen orientieren kann, weil wer mich kennt, weiß, ich bin Hoffnung jedes Mal verloren, wenn ich hier so durch die Gegend bin. Okay. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier so ein bisschen Holz kriegen, machen uns so eine kleine Grundausrüstung. Ich glaube, das ist die beste Art für den Anfang, dass wir uns ein bisschen schnell Holz besorgen und eine Werkbank, ein bisschen Werkzeug und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwo ein paar Schafe auftun, weil wenn es Nacht wird, das ist überhaupt nicht mein Ding, das geht gar nicht so. Wir machen ja mal schnell auf die Schnelle. Machen wir das mal so. Eine Werkbank. Oh, dann brauche ich ein paar Sticks. Dann werden wir die Werkbank mal schnell aufstellen und machen uns eine Kicker und eine Axt. Dann können wir uns zumindest wehren und da schon mal so ein bisschen vorsorgen. Wir müssen ja irgendwie essen, essen, essen und einkleiden und, 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 ganz so Menge mehr. Also ich werde mal gucken, dass ich hier irgendwie auch Schafe finde. Ja, wir sind gut. Sofern sie stehen bleiben. Ihnen das Fell über die Ohren ziehen kann. Also wir haben zumindest schon mal gut Kühl hier. Das ist nicht schlecht. Wir haben hier Stein. Wir könnten ja eigentlich auch gleich mal Stein abbauen. Wartet mal. Stein abbauen. Ich habe mal hier auch gleich noch ein bisschen Kohle, oder? Mal schauen. Ja, arbeiten wir uns mal da Richtung Gedöns, Loch, was auch immer. In der Hoffnung, dass ihr vielleicht außerdem Zeug hier... Oh, ich sehe hier. Okay, wir machen uns gleich eine wunderschöne Steinpick-Ax. Jetzt mal Steinpick-Ax. Und holen uns gleich mal das Eisen. Ich weiß, das ist ein bisschen riskant. Weil wenn die Nacht kommt, dann werden wir nicht mindestens da schon... Oh, da ist cool. Äh, da schon ein bisschen, äh, Zeug haben. Oh Gott. Nein, hier gehen wir definitiv noch nicht rein. Nein. Aber wartet mal. Ich, äh, könnte da drüben oder schon abbauen. Okay, könnten wir schon... Haben wir zumindest schon ein bisschen was. Ah ja, eine Kuh. Warum? So, Pick-Ax ein bisschen schon. Auf, hier haben wir noch nicht. Hier rein, hier rein, hier rein. Hier rein, hier rein. Hier rein, hier rein. Bergbank natürlich wieder einsacken, ne? Ist klar. Wir können aber auch gleich, äh, noch Stein-Ax machen. Die ist ja noch ein bisschen durchschlagen, ne? Das ist hier schon mal noch... Die haben schon... Ja, das heißt, Sie könnten uns rein theoretisch schon ein paar Schuhe machen. Okay. Oh, ein paar Schüchen. Mach mal gleich mal an. Ich nehme mal noch die Steine mit. Wie viele Steine habe ich? Sehen, reicht noch nicht ganz. Aber, das Ding können wir schon mal bauen. Den Rest machen wir dann später. Ich habe mal ja Glück und unter dem Zeug hier. Den letztlich auch noch... Ah, mein, da vorne ist... Hm, wir machen mal Sticks. Alles soll Sticks hier und dann, äh, schauen wir mal, dass wir hier die Fackeln kriegen. Man weiß ja nie, ne? Da hier noch ein Glück. Das ist aber ganz schön dumm. Vorbei. Ich darf es überleben, aber wenn ich jetzt hier schon, äh, reingehe. Ich glaube nicht. Okay, wir nehmen mal die Fackeln wieder mit. Da, da, da. Brauchen wir uns lieber nach einem anderen wunderschönen Ort um. Damit wir was kriegen können. Vor allen Dingen, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Wie gesagt, ich brauche Schafe, Schafe, Schafe. Und, äh, die nehmen wir mal in die Hand. Da. Schafe, Schafe, Schafe. Und dann vor allen Dingen... Kühe, Kühe, Kühe. Schafe sieht gut aus da vorne. Wir sollten auf jeden Fall noch einen Baum fällen. Weil wir brauchen gleich Holz für das Bett. Ah, ich hasse dieses Chaos am Anfang. Aber da muss man halt ein bisschen schneller vorrangieren. Ähm, dass man zumindest das Bett hat, was einem die Nacht, äh, überleben lässt. Okay, hier gibt's schon Lava. Hier irgendwo Schafe. Schafe, 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 Schafe. Ja, hier gibt's ein... Krönchen heißt essen. Krönchen, essen. Krönchen, essen. Gut. Das gefällt mir natürlich nicht so gut, wenn hier so ein blöder Pilzwald ist. Hm, das ist nicht ganz so prickelnd. Hier müssen irgendwo Schafe rumstehen. Ich hör sie aber nicht mal. Oh, ich wär doch mal meine Schafe. Okay, wir versuchen's mal da durch. Die müssen hier irgendwo stehen. Schafe sind hier oben. Schafis. Ah, ja, ich hab dich gesehen. Ich hätte gerne jetzt drei weiße Schafe. Da, zwei haben wir schon. Hier fehlt aber noch ein drittes. Und das dritte ist leider grau. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Ja. Grau ist scharf. Okay. Wir gehen mal wieder lieber runter. Da, da. Nee, das ist ein hellgraues. Okay, grau kann ich auch nicht gebrauchen. Na, hallo. Habt ihr noch einen weißen Bruder für mich? Irgendwie so. So einen weißen Bruder. Nein, habt ihr nicht. Okay. Also, ich werde definitiv in die andere Richtung gehen. Weil, wenn ich jetzt hier gleich zu Anfang so einen Pilzwald habe, weiß ich jetzt schon, was passiert. Okay, wir laufen weiter und hoffen mal, dass wir dann vorne auf der anderen Seite noch Schafe treffen. Von denen eins vielleicht weiß. Das ist, weil jetzt haben wir ja. Aber mein. Oh, oh, in der Hitze. Und dann die Steinplateaus natürlich mal angucken. Ihr wisst, Kohle ist lebenswichtig. Ohne. 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 Nicht ins Wasser. Man, da muss ich doch auch ins Wasser. Okay. Wir müssen auf jeden Fall dann auch schauen, dass wir alle möglich Dinge jetzt kriegen. Mein Ziel ist es natürlich, möglichst schnell ein Dorf zu finden. Damit wir irgendwo Unterschlupf haben. Und ja, auf jeden Fall uns schneller einrichten können und ausrichten können. Ohnein. Hier bin ich nicht. Nein. Nein. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Bin ich in so ein komisches Tal in die Dunkelheit. Ich mag kein Dunkel. Weil. Und die Dunkelheit. Hier gibt es keine Weine. Die brauche ich jetzt aber nicht. Habt ihr irgendwo Schafe gesehen? Wir sind auch gut. Immer um. Okay. Ah. Bleib hier. Oh. Okay. War das hier alles eingesammelt? Weiß ich nicht. Okay. Ohne. Ohne. Oh man. Bubo in der Hetze. Und die Sonne geht schon unter. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber hier müssen irgendwo Schafe sein. Ich brauche nur noch ein blödes weißes Schaf. Hier ist ein braunes. Äh. Schwarzes. Schwarzes ist auch gut. Da. Beide retten. Lieben. Sorry. Aber ich brauche keine Wolle. So. Okay. Dann können wir zumindest schon mal unser Bettchen machen. Dazu müssen wir uns schnell Holz machen. Und dann machen wir uns ein Bett. Und dann haben wir zumindest das schon mal abgesichert. Das ist schon mal super klasse. Wir haben ein Leder. Voll. Vendabler wart ihr nicht. Gut. Dann gehen wir erst mal schlafen gleich. Und da. Schauen wir mal. Was wir hier so. Noch auf die Schnelle alles zusammen farmen können. Um dann auf die Suche nach dem Dorf zu gehen. Auf jeden Fall wie gesagt brauche ich Felsen oder solche Dinge. Um. Ich sag mal so. Eisen und Kohle mit zusammen zu farmen. Brauchen wir nämlich dringend. Und ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen mehr ausstatten. Das hier hin. Dann haben wir noch eine Schaufel. Die fährt. Dann brauche ich noch eine Hohe. Falls wir Heu treffen. Ein Bötchen haben wir auch schon. Und dann gucke ich mal. Wir nehmen schon mal ein Hohe. damit wir uns später Essen machen können. Das heißt wir haben jetzt mal so die. Ein bisschen von der Grundausstattung. Ja. Wo ist Fleisch essen. Voll. Aber was soll's. Ihr könnt es sich ändern. So. Dann. Ja. Wo laufen wir lang? Ähm. Wo laufen wir lang? Oder fahren wir? Fahren könnten wir auch. Wir werden einfach mal fahren. Und einfach mal schauen. dass wir diese böse, böse Pilzbiom, ähm, mit diesen Schwarzeichen verlassen. Hallo Delfen. Und, äh, vielleicht haben wir Glück und finden relativ zeitnah eine wunderschöne Ebene. Mit einem wunderschönen Dorf, äh, die mich gerne, ähm, aufnehmen möchten. Das ist überall Sand. Überall Sandstrand. Sandstrand kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich brauche, Tatsache, Felsmassiv, Felsplattformen oder Berge. Dann gerade so ein bisschen. Ich glaube, dass, wie, gerade das, dass, das, gefällt mir. Ist gut. Das ist gut. Das, äh, nicht kühn. Und ihr versteht auch ja noch ein bisschen, äh, äh, Fell von denen, damit ich mich ja noch ein bisschen einkleiden kann. Weil die waren nicht gerade spendabel, außer mit ihrem Fleisch. Aber Fleisch ist halt nicht. Ja. So, komm mal drauf. Da sind die. So. So, und ich hoffe, dass diese Version vom Hardcore euch, äh, gefallen wird. Sagt, äh, mein Ziel ist es nicht, äh, den Enderdrachen in einer kürzesten Zeit hier irgendwie, äh, zu belästigen. Sondern, äh, so lange wie es geht hier zu überleben. Und, äh, wie gesagt, ihr könnt ja mal Wetten abschließen. Wie lange ein Bubo in der freien Natur überleben kann. Wenn, wenn die anderen nicht dabei sind. So, wo sind die Kühe? Ja, Kühe. Ich suche Kühe. Wir laufen jetzt einfach hier mal so an der Küste lang. Da vorne steht schon die nächsten Kühe. Das ist gut. Wir sind ja anscheinend in so einem Blumen-Bio geraten. Was sehr hübsches, aber, äh, ohne doof. Ui, Mama, Papa und so. Ähm, ich mach's mal unauffällig. Nein, das kann ich nicht. Wem geht das auch so, dass er Mama-Muttis mit kleinen Kindern nicht umbringen kann? Auch in Minecraft, wie gesagt. Äh, generell sowieso nicht. Aber, wie gesagt, ihr in Minecraft ist das. Ich weiß auch nicht. Ich kann's einfach nicht. Ich kann hier nicht irgendwelche Bibel so kleiner machen. So, gut. Dann, äh, machen wir uns auf ins Blumen-Bio. In der Hoffnung, dass wir was Vernünftiges finden. Außer schönen Blumen. Ich hab's überhaupt nicht gebrauchen können, weil Blumen kann man nicht essen. Und da kann man auch keine Waffen herstellen draus. Ja. So, und bei meinem Glück kommen natürlich jetzt ganz viele Schafe. Oh, sorry. Ihr habt nix gesehen. Ich war's nicht. Oh, wei. Habe ich dir jetzt deine Mutti weggenommen? Ach, du hast noch eine. Gut, dann lassen wir dir die Mutti. Oh, Mann. Es ist genau das, was ich meinte. Okay. Gut, laufen wir weiter und hoffen, dass du bist so. Das war hier irgendwie... Ja, jetzt kommen hier große Schafhirn. Ihr wollt mich ja wohl verkack eiern, oder? Jetzt brauche ich keine Schafe, jetzt brauche ich Kühe. Kühe ohne Ende. Ja. Und ein Dorf. Ich würd mal sagen, wir klettern hier mal so ein bisschen höher. Dann decken wir nämlich ein bisschen mehr die Map auf. Und haben ein bisschen mehr Orientierung. Es ist ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, da ist aber nichts, wo ich hier mal auf die schnelle Kohle und Eisen abbauen könnte. Aber wir schauen mal. Umso schneller, wie gesagt, wir ein Dorf finden, umso schneller können wir uns natürlich hier ausrüsten. Weil, das sind ja kultivierte Menschen und mit denen kann man handeln. Und wenn man nicht handeln kann, spricht man natürlich wesentlich schneller Dinge zusammen. Was mir sehr entgegenkommen würde. Ihr wisst, ich glaube es nicht. Solchen Dingen. Ja, ein Baumeisterfüchschen. Und ich sehe ein Dachau. Yay! Oh, schaut mal. Wäre natürlich cool, wenn hier ein Bogen dann gleich wäre. Wir können ja mal abkicken. Oh, ein Bogen. Das ist sogar ein sehr schönes, großes Dorf. Bisschen merkwürdig gelegen. Aber man kommt runter. Hier irgendwie gleich Kohle oder irgendwas. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal sowas wie... Naja, ein Möchtegern-Farmer. Ähm, ich, 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 ich nehme mir mal das Heu, ja. Weil, äh, Essen und so. Okay. Auch Pferde gibt es ja auch. Sehr schön. Das Heu braucht ihr eh nicht, da könnt ihr gar nichts mit anfangen. Also hört auf euch. Hallo? Ich habe gerade versucht, die Tür zu zu machen. So mal ganz eben. Okay. Das heißt, Essen haben wir auch schon. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier... Die hätten Kühe, die wir formieren können. Das ist sehr schön. Können wir mal weiter gucken, was wir hier noch haben. Wir hätten hier Häuschen. Ein etwas größeres Häuschen mit Brot. Sehr schön. Dann können wir nämlich das Zeug hier mal rausschmeißen. Und das, das brauchen wir am Anfang noch. Das sortieren wir hier mal. Das ist sozusagen der geheime Vorrat. An Essen und Blöcken und Setzlingen. Okay. Wir haben schon zwölf Leder. Das ist sehr gut. Ich werde jetzt generell immer nur Dinge mit einem Montal behalten, die ich auch wirklich brauche. So. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie einen Bogenau oder sowas finden. Bis jetzt ist hier irgendwie keiner mit dem Büro. Was ein bisschen schade ist. Weil... Er hat aber auch keiner am Beruf. Sag mal, arbeitet ihr alle hier nicht? Keiner wohl nicht sein. Muss ich das wieder alles für euch übernehmen? Okay. Aber Farmer gibt es hier auch keine. Ich stopp. 2. Ja. Es ist jetzt eine Überlegung wert. Was machen wir? Weiterziehen? Oder das Dorf hier? Einen Kartografen? Ja klar. Den brauchen wir ja auch ganz dringend. Habt da recht. Mhm. Kartografen. Ist klar. Kompass. Toll. Brauche ich nicht. Ich habe eine Minimap. So. Hallo. Einfach mal ein bisschen sortieren, dass ich auch weiß, ich war hier schon. Ja. Was machen wir? Hm. Habt ihr noch ein bisschen Heufengel? Nichts. Gar nicht. Es ist ein bisschen schade. Könnten hier übernachten. Das könnten wir machen. Aber so wirklich. Ich müsste ja alles von Grund auf machen. Hm. Da hinten gibt es ein Steinplateau. Also was wir machen können, wir bleiben jetzt erstmal hier. Und äh. Ich werde mich in dem Haus da vorne mal niederlassen. In dem hier vom Kartografen. Weil ich gesehen habe, da vorne ist so ein Stein Ding. Und äh. Da könnte ich dann vielleicht mal. Hochbett. Auch nicht schlecht. Gott. Okay. Wir machen uns das jetzt erstmal gemütlich. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal meine Dinge hier aufbauen. Wartet mal. Ich habe hier noch meinen Ofen. Ich habe zwar noch nicht so viel. Aber Cola haben wir keine. Jetzt nützt mir nichts, den Ofen aufzubauen. Ich kann meinen Eisen noch nicht. Okay. Wir können auf jeden Fall schon mal ein Leibchen machen. Schuhe haben wir schon. Okay. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Klamotten. Ist ja nicht das Schlechteste. Und dann wollte ich das Broten machen. Äh. Mal Brot herstellen bitte. Damit war was zu essen. Dann sind wir nämlich schon mal gut ausgerüstet. Gehen hier auf jeden Fall äh. Schlafen. Ich bin gerade am überlegen. Ich werde mir mal eine neue Axt schon machen. Die sieht schon ziemlich abgeranzt so. Die alten Dinge lassen wir hier. Oh. Die brauchen wir später. Wir brauchen wir eigentlich nicht, weil ich will einen Bogen noch haben. Aber ich lasse die mal zu sicher hin. Ähm. Warte mal. Ich wollte mal gucken. Ein. Das heißt, das ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Weil ich habe nämlich gerade gucken wollen, ab wie dieser Bogen natürlich gemacht hat. ist noch. Okay. Gut. Dann machen wir das so, dass ich weiterziehe in die Ebene und schaue, was wir finden. Weil, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt hier das gesamte Dorf neu einrichten und aufbauen muss. Und, äh, wir schauen uns da vorne einfach mal erstmal diese, äh, wunderschöne Plattform an. und muss irgendwas mit Fels sein. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwie Kohle oder irgendwas hier. Ja, da ist Kohle. Gibt er? Gar nicht so weit laufen. Ah, machen wir das hier ein bisschen weiter auf. Hier ist aber nichts weiter. Dann schauen wir hier mal nach. Vorsicht laufen. Da ist auch noch. Okay. Weil Kohle, wie gesagt, brauchen wir ja dann, um unser gefundenes Eisen zu schmelzen. Eigentlich noch ein bisschen Steine mitnehmen. Aha. Ah, man könnte hier reingehen. Ah. aber nicht so besonders effektiv. Wir schauen uns erstmal die Plattformen hier an. Auf jeden Fall sehr viel von diesen Kies hier. Pah! Wasser. Ist hier unten auch irgendwas drin? Ja, auch nicht. Ich will jetzt auch nicht die ganzen Kies hier wegmachen. Okay, wir schauen mal weiter. Warum von Kohle oder Eisen? Wir nehmen es. Es ist nicht viel, aber sagt, es läppert sich. Also zum Eisenbrennen reicht auf jeden Frischum. Und es wird immer mehr, das ist gut. und ich denke mal, wir werden auf das nächste Festland über wechseln und schauen, ob wir da ein besseres Dorf finden. Weil, wie gesagt, das ist mir doch ein bisschen zu... Ich brauche wenigstens den Bogen, mit dem ich Stückchen tauschen kann. Und für den Bogen natürlich, wie gesagt, brauche ich ja auch wieder spezielle Items und das ist ein bisschen doof. die halt noch nicht hatte man. Gut. Okay, dann schauen wir mal. Wir setzen einfach mal über. Ich musste übrigens die andere Folge einstampfen, weil ihr habt ja bestimmt schon gemerkt in dem Stream gestern, dass irgendwie mein Ton geleckt hat und dann habe ich mir das Video angeguckt, was ich aufgenommen hatte und da war dasselbe Problem. Also habe ich mir gedacht, okay, wir fangen von vorne an. Was soll's. Das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, dass der Ton jetzt besser ist und dass wir im Stream dann abends uns auch wieder besser verstehen. Es ist hier sehr verwirrend. So, ich muss mal irgendwie auf die andere Seite. Na gut, dann müssen wir einen kleinen Umweg laufen. Das kriegt man mal hin. Da sind noch ein paar Hühnchen. Komm mal eigentlich nicht mehr am Bogen auf. So. Ähm. Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass der Ton jetzt sich nicht mehr abgehackt ist. Das hatte mit falschen OBS-Einstellungen, weil ich habe vergessen, ich habe ja jetzt ein anderes Headset. Und dann muss ich ja die OBS-Einstellungen anpassen. Wir werden uns übrigens schon mal einen Kupfer mitnehmen. Ihr wisst ja, in diesem Spiel, äh, in der 21.4 können wir nämlich schon buddeln. und da sollten wir was entsprechendes finden. Äh, werden wir das auch machen. Also, ich werde so richtig mal gucken, ob ich alle Fortschritte machen kann, die es gibt. Wie gesagt, Änderdrache, äh, weiß ich nicht, ob ich so lange überleben werde, aber wir werden uns auf jeden Fall eine wunderschöne Base bauen. Ein Dorf, äh, quasi, unserer eigenen nennen und mal schauen. So, ich laufe hier noch ein bisschen herum, auch mal, auch wenn ich nicht die Hoffnung habe, dass ich hier wirklich das Zeug noch finde und ich glaube auch nicht, dass ich noch ein zweites Dorf finden werde. Mein Gott, wer hat denn hier die ganzen Löcher in den Boden rein? Ja, vielleicht, da muss man ja dauernd hoch. So, okay, schauen wir mal weiter. Könnte natürlich zwischendurch auch immer das holen. Gibt es anscheinend Einwohner? Ah, wie gesagt, wichtig ist, dass wir hier halt, äh, gucken, überall, ob wir hier Eisen finden auf die Schnelle. Also, großes Risiko möchte ich natürlich am Anfang noch nicht eingehen. Klar, das versteht ihr auch, denke ich mal. Weil ihr wollt ja ein paar Folgen gucken. gleich tot gehen sehen. Gut, okay, hier scheint es nichts weiter zu geben. Also, Schafe, die wollen mich hier veräppeln auf der Map. Erst kriege ich mein drittes Schaf nicht und dann haben wir Schaf hier ein Ohne Ende. So, was ich auch brauche noch, sind Kühe. Aber ich denke mal, da finden wir auch. So, hier ist auch schon wieder so ein komisches Loch. Da sieht es gut aus mit Kühen. Wir haben ein paar runter und darüber. Auge mir in die Augen, Kleine. So. Weiß ist ein bisschen gemeint, wenn man die hinterrücks hier euch modelt, aber es ist halt so. Hat mein krass. Okay. Wir ziehen weiter und schauen wir mal, wie schnell wir ein nächstes Dorf finden. Oder genügend Leder, dass wir uns zumindest komplett eingekleidet haben, damit das alles hier so ein bisschen hübscher ist. Schaut mal, das ist ja auch hübsch mit dieser kleinen Brücke da, der natürlich generierten. sagen wir mal rüber. Oh, weiß sie in meiner Augen da. Das ist doch mal ein hübsches Dorf. Jetzt drückt mir die Daumen, dass wir dort die passenden Berufe. das wäre richtig. Das wäre richtig. Das war gar nicht so lange herum suchen müssen, weil sonst muss ich so viel rauskratten, weil das wäre ja keiner sehen, wenn ich hier stundenlang durch die Botanik, also du bist schon mal kein Bogen da. Und wir schauen einfach mal. Aber ich denke mal, dieses Dorf ist adäquat für unsere Bedürfnisse. Wir schmeißen das hier mal rein. Das da hin. Hi. Wir bauen uns alle Häuser an. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Steinsäge. Das ist schon mal sehr cool. Und dann vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, Essen. 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 Schön. Essen. Gehen wir mal mit. Gehen wir mal mit. Auch nichts vergessen. Das sieht doch schon mal richtig viel versprechend aus. Jetzt müssen wir nur gucken, ob hier der passende Beruf auch vorhanden ist. Aber das wird für uns schwierig. Na gut, den einen Block lassen wir auch nicht. Das sieht auch nicht gut. Ja. Aber es war ich mit dem Schäfer. Ich brauch einen Bogen. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier noch weiterziehen. Es ist nicht nett. Okay. Ein Buch. Ihr seid nicht besonders spendabel. Ich merke schon. Okay. Schau mal hier hinten nochmal nach. Aber das scheinen ja alles so Schäfer und sowas zu sein. Ja. Schäfer. Wehberei. Ja. Kann ich nicht wirklich gebrauchen. So. Okay. Hm. Das ist natürlich dumm gelaufen. Dass wir hier so einen Schafsort wieder entdeckt haben. Also. Ich werde jetzt einfach das Heu da vorne noch einsammeln und dann ja. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig als weiterziehen. Hier ist wie ein passendes Dorf. Es ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ist mal durch. Auf jeden Fall gibt es hier genug zu essen. Da. Es ist doch schon mal cool. Also. Ich sehe hier auch weit und breit nicht irgendwie Sackenbächer. Ja. Bücher können wir eigentlich auch schon mitmachen. Okay. Es wird ihr gleich nachts. Das heißt, wir werden ja auf jeden Fall übernachten in dem Ort. Hier ist doch ein Bogen. Warum ist hier kein... Ja. Dann bleiben wir doch hier. Ich habe einen gefunden. Okay. Wir ziehen beim Bogen damit ein. Von dein Bettchen hin. Oh. Okay. Und dann stellen wir einfach mal unsere Sachen hier auf. Ofen. Machen uns das hier gemütlich. Haben wir noch ein bisschen Holz für eine Truhe. Sonst gehen wir miteinander einsam. Okay. Das ist gut. Denn da ist ein bisschen merkwürdig gebaut, dein Haus hier, aber das kriegt wir alles hin. Okay. Machen wir das mal so. So eine Essenstruhe haben. Da sammeln wir dann alles ein, was Essen ist. Okay. Also erstes Ziel haben wir erfüllt. Wir haben Tag drei. Also jetzt der Tag vier. Und ich würde mal sagen, der Teil eins endet hier. Ja, lasst euch überraschen, wie es weiter geht. Bis zum nächsten Teil. Eure Bobo.